Wir besuchen mal heute meinen Bruder, der ist sehr fett geworden, also wie ich, guck mal hier Speck, Corona hat nicht gut gezahnsorgt, wir klingeln mal bei ihm. Was wollt ihr, Mixer? Was wollt ihr? Oh, 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 oh. Oh, verdammt, ja gut, das Kamerateam. Ich bin's nur, dein Bruder. Dann kommt mal hier rein, schön in die gute Stube. Ja, kommt mal rein, kommt mal rein, kommt mal rein, kommt mal rein, ja. So, das hier ist mein rickiges Reich. Ihr Kameramann ist echt scheiße. Aber immer wenn eine Kamera da ist, muss ich das hier machen. Ah, ich bin rick und ich, dann schiebe ich neue Mühe. Okay, ich zeig euch jetzt mein Klo. Also, wie man sieht, wir, wir wollen sie einen Donut haben. Hier, Big Mac, du willst auch, wie man schon sieht, mein Bruder, mein Bruder ist ein bisschen behindert. Nein, das stimmt nicht. Und ich bin nicht dein Bruder, du bist Big Mac. Ich bin dein Bruder. Was? Nein, das stimmt nicht. So, ich fange mit meinem Pod an, dort verbringe ich so fünf Stunden am Tag. Junge, da willst du noch einmal sprichst. Hier haben wir hier mein Pod, hier sitze ich immer fünf Stunden am Tag. Komm mit, komm mit. Komm, 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 komm rein! Hier haben wir so Waschbecken hier so, richtig fresh. Naja, ich will euch mal das so zeigen, wenn ich die fünf Stunden auf dem Pod verbringe, dann sieht das ungefähr so aus. Bisschen weiter runter, Kameramann, bitte. Etwas weiter, ja, ja. Oh, so sieht das eigentlich aus, ne? So sieht das aus. So. Jetzt kommt ihr sofort mit! Oder ich muss ihnen das hier in die frische Banane rein, in die Bananenschale. Oh, 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 ich bin hier nur hier, ich bin, ich bin, ich bin nur hier für den Dreh, fürs perfekte Dinner, ja? Ah, ja, 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 aber ich hab heute noch nichts gegessen und frische Banane hatte ich schon lange nicht. Sie warten, Sie warten, Sie warten, Sie wollen noch Mario Kart 8 spielen. Sie wollen noch Mario Kart 8 spielen. Nein, ich will eine Roomtour machen, Big Mac. Ich stech dir das gleich in dein Fett, Big Mac. Big Mac, du verdeckst den ganzen Fernsehen, da war gerade alles grün. Babybrush hat hier irgendwie meine ganze Wohnung verwüstet und aus irgendeinem Grund ist da plötzlich ein riesiger Gorilla. Monkey lunzt in unser Haus rein, was... Ja, Monkey, wenn Monkey noch einmal hier rein lunzt, ich stech das Messer rein. Affe! 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 Der Schöpadan hat Angst vorm Affen. Zeppi hat zurück teleportiert. Ach, ne, jetzt ist er wieder ein anderer. Wer bist du denn? Oh, hallo! Hey! Wer bist du denn? Oh! Hallo! Babybrush hat das verdient. Er macht doch ne Fusschen. Irgendwas dazu zu sagen? Ähm, ja, äh, Babybrush war ganz böse, der hatte... Ist das ihr Haustier? So, so, so etwas in der Art. Hey! Oh nein, jetzt scheiß Babynono meine Wohnung voll. Oh mein Gott. Er hat die frische Banane voll geschissen. Hallo, ich mach jetzt den Vlog weiter. Oh mein Gott, nein, das ist keine gute Idee. Nein, Babynono, meine Kamera! Babynono, nein! Babynono! Stopp! Geh mal zurück! Meine Kamera! Babynono, das gibt's nicht! Stopp, Babynono! Ey, meine Kamera. Meine Kamera. Das ist meine. Der hat mir die Kamera geklappt. Guck mal, was ist mit, was ist mit frische Banane los? Oh yeah, Leute, hier seht ihr eine voll geschissene frische Banane! Oh man, Babynono, oh, jetzt hat er mich auch noch voll geschissen, Alter. Der! Oh mein Gott, es geht ihm glaube ich nicht so gut. Der 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 Kumpel ist voll geschissen. Ich glaube, es geht ihm nicht so gut. Oh mein Gott, dann müssen wir direkt die Kamera drauf halten. Ich muss hier raus! Nein, 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 sie sind der Kameramann, sie können nicht gehen. Bruno, der Kameramann. Ich muss hier raus! Hey, wieso ist hier... Wieso ist hier... Drogenabhängiger Brush? Oh mein Gott, er schlägt. Ey, jetzt können wir aber frische Banane essen. Ich hol das Messer, ich hol das Messer. Ja, ja, geht auch. Noch ein bisschen weichklopfen. Noch ein bisschen weichklopfen. Oh, oh, er lebt noch. Ja, von schreckst du? Warte, ich will kurz das Messer. Warum sind Sie ein schwarzer Mann? What the fuck ist das? Das ist ein Mausland. Das ist ein Puck. Oh mein Gott, hä? Ich bin tailvoll. Wie läuft der? Und? Oh Gott, nein, ich. Tschüss. Nach einem langen Schuss auf dem Klo geht es mir endlich wieder besser. Oh, schön frische Banane, das ist ja schön. Oh, schau dir mal diese Muskeln an. Oh, damn. Darf ich dich mal anfassen, Schätzchen? Oh. Oh, ich pack dich jetzt am Schüfferns, komm her. Oh mein Gott, Junge. Ey, ey. Das wird mir zu gay. Oh mein Gott. Aber du hast auch ihn schon. Wie eigentlich hat er sogar zwei. Ey, ich glaube, wir müssen virales TikTok drehen. Mit Wig und freshe Banane drehen, virales TikTok. Komm, wir müssen virales TikTok drehen. Freshe Banane, okay, okay, okay. Nein, Oliveno, du bist hässlich. Ich seh dich nicht. Ey, ich will anfangen. Oh nein. Schau, Leute, virales TikTok, hier mit einer freshen Banane. Wir machen gerade virales TikTok, Alter. Oh, damn. Doppelkin. Hallo. Ich bin so süß. Yeah, freshe Banane. Virales TikTok und so und what the fuck. Wieso sind die so viele Bananen? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ah ja, ich wollte ja mit meiner Roomtour eigentlich weitermachen, ne? Also, die Roomtour. Die Roomtour ist jetzt weglaufen, wenn du mir hinterher läufst und in der Tür wird deine Kamera raus. Okay. So, haben wir hier einen Fernseher, auf dem ich selber gerade zu sehen bin, weil, ja, weil äh, ich hab hier halt sooo, Kameras. Oh ja, und hier, oh, dieses Kissen, oh, verdammt, ihr habt gar nichts gesehen, oh, nein, verdammt, wo du hier sind? Was ist denn auf der anderen Seite? Äh, im Schrank ist gar nichts, da hab ich gerade nichts reingetan, da ist nichts drin. Jetzt kriegst du nichts. Das sollen wir doch mal überprüfen hier. Oh, great. Oh, mein Gott, nein, das geht nicht, nein, das ist mein Kissen. Was ist das denn hier? Das ist ein, das ist ein ganz privates Geheimnis, das dürfen sie nicht sehen. Ey, wieso sperren sie mich im Schrank ein? Schaut sie mich jetzt hören? What the fuck? Warte, warte, warte. Ich hab dich in den Stuhl aufziehen. Oh, nee, mein Kopf. Ah, komm mal hier, fresh manane. Oh mein Gott, what the fuck. Komm mal hier, fresh manane. Fresh manane, Kamera auf, meine Eier. Ich bin jetzt gekidnet. Ich bin jetzt nicht so nahe auf. Digga, was fummelst du da an Babybrush Arsch herum? Digga, wie mein Kopf aussieht. Ich bin die fresh manane. Mach ich die Randale. Babybrush ist auch dabei. Oh yeah, sein Kopf ist rum so weit. Ah, mit der fresh manane dance ich am Stuhl, digga. Er ist überhaupt nicht schwul. Hey, zwei gaye Bananen. Red richtig frischen Schallen. Oh, aha, ich bin Rick. Digga, ich hab einen großen Dick. Oh, yeah, guck mal. Baane am Vibeln. Sie lässt sich scheiden. Oh, Babybrush, was geht? Babybrush, was geht? Oh, Babybrush, was geht? Oh, hallo, alle frische Banane. Frisches Bild. War dich schon mal am Heidepaar, Leute? War dich schon mal am Heidepaar, Leute? Oh, hallo. Oh, ich bin jetzt kochig über. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay, jetzt, hallo. Ja, ja, nein, ein bisschen nicht. Oh mein Gott, Junge, was macht du da? Dupsi, Dupsi. Upsi, Dupsi. Woopsie doopsie do Das ist mein Bruder, der ist ein bisschen... Sauce Ich bin Rick Hier seht ihr diesen Rick Oh mein Gott, oh mein Gott Aua Digga, was ist das für ein Geschreibe? Wir müssen gucken, Kopfhörscher, wir müssen gucken was das da ist Ja komm 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 Es wird Zeit Bamm Es zu beenden Haut rein, ihr kleinen Peaches Auf Wiedersehen Nein, Rick Nein Yes, Gold Und tschüss Wo ist die Kim? Hier kann man geile joggen Ich hab den Portlik anbenutzt Ich war gar nicht Ich hab mich gar nicht umgebracht Ich hab die Portlik an einfach benutzt Haha Ich bin Jesus, ich schwebe Er lacht mal zusammen, dufen Rick Wir dufen jetzt zusammen Ähm Junge, was rennt sie hier schon wieder weg? Meine Kamera Das war's von mir Digga, du bist grad geflogen einfach Tschüss Nein! Meine Kamera! Ja! Ich hab sie zurück! Weg, 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 weg Oh mein Gott Ich bin nicht dumm Das war's mit dem Video Ich weiß, es war etwas weird Aber es war doch richtig fresh Und lass'n Like da, ein Abo da Aktiviert die Glocke Und sonst zurück dann auch dran Bis zum nächsten Video Ciao! Ciao!